Ja, hallo und herzlich willkommen, ich bin Günther IP und das hier ist ein kleines Infovideo von mir, und zwar vom 1.5. Und es hat sich eines getan seit dem, boah, wann war das letzte Infovideo? 13.04. glaube ich, ungefähr so. Naja, ist ja auch nennensächlich. Ich wollte erstmal sagen, hey, ich habe ein neues Kanaldesign, ist vielleicht auch dem einen oder anderen von euch schon aufgefallen. Finde ich ganz nice, sieht auch ganz gut aus. Äh, ja, dann was ich auch noch neu habe, ist ein neues Intro, das hat man auch schon teilweise, ich glaube bei dem Let's Talk oder das hat man das gesehen. Und das werde ich ab sofort immer benutzen, nur für die Verständlichkeit. Und ja, im Sinne des Intros und im Sinne des Kanaldesigns möchte ich einmal den lieben Kanal LP Productions HD promoten. Ich werde jetzt hier rechts oben eine Verlinkung machen, äh, zu dem Kanal, da könnt ihr einfach mal rausklicken und dann einfach mal euch die Videos ansehen und jedenfalls dann auch abonnieren. Äh, ja, und dieser Kanal, beziehungsweise der Inhaber dieses Kanals, der wird auch zunächst meine Uploads machen. Ne, also ich kenne ihn auch im Reelive und so und, äh, ich gebe dann immer die Videos auf den Stick und er lege die dann für mich hoch. Und so gewährleiste ich euch dann ein bisschen, ja, kontinuierlicheren Content. Ne, ihr wisst ja vielleicht in den letzten paar Tagen war das ja so, da habe ich das bisschen, ja, Video Uploads und allgemein Produktion und so weiter und so fort ein bisschen schleifen lassen. Und das will ich jetzt wieder so, hä, mal ein bisschen wieder Selbstmotivation, in dem ich mir sagen muss, komm, also in dem ich so sag, komm, ich muss das jetzt extra nicht alles hochladen und so weiter und so fort. Und, äh, ihr habt dadurch auch wieder 720p. Das ist schon mal ganz gut. Und, äh, Mensch, was sich auch noch so geändert hat am Uploadplan, das will ich auch noch so ein bisschen, ich will so ein ganz, ganz kleines bisschen mehr Content machen und zwar will ich jetzt ab sofort jeden Dienstag, ja, nicht nur jeden zweiten, sondern jeden Dienstag einen Letztest machen. Ähm, ja, ich denke, das war soweit alles, die ganzen Informationen, die sich so gesammelt haben und alle Neuerungen und tralala und tridalo. Die dazugekommen sind. Das Einzige, was noch vielleicht zu erwähnen ist, dass ich bald 100 Abonnenten habe und dazu werde ich dann wahrscheinlich auch ein kleines Spearschill machen. Ne, also, ne, ich hoffe, man sieht sich auch beim nächsten Mal. Ne, haut rein. Ne, haut rein. Untertitelung. BR 2018